Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video zu Dragon Quest Monsters, der dunkle Prinz. Heute geht es darum, wie levelt man schnell seine Monster hoch. Ihr braucht dafür ein gutes Team auf jeden Fall erstmal. Ihr könnt jetzt nicht mit 4 Level 1 Monster reingehen, das macht keinen Sinn. Ihr braucht schon ein paar starke Monster, die auch was killen können, schnell genug sind und... Ja, das ist nicht so einfach. Denn es geht darum, König-Metallschleims zu besiegen oder die kleinen flüssigen Metallschleims. Ihr habt es ja im Thumbnail gesehen. Man rennt da so eine kleine Route ab. Man beginnt... Ihr müsst natürlich schon ein bisschen weiter im Spiel sein. Und übrigens, wenn du den Endboss besiegt hast, kommen diese Metallschleims noch viel, viel öfter. Warum? Wird sicher daran liegen, dass man eben in der Rangliste weiterkommt, zu einem Monster-Max Level machen will und so weiter. Denn natürlich geht es nach dem Endboss weiter im Postgame, wie in Pokémon geht es natürlich weiter. Auf jeden Fall, unser erstes Ziel ist Kreis des Zorns der Klauenfels. Dann spawnt ihr hier und jetzt lauft ihr einfach meine Route nach, die sehr im Internet auch schon bekannt ist natürlich. Aber ich wollte es euch auch mal zeigen, damit es auch mal ein Deutscher euch zeigt. Und ich weiß gar nicht, ob es einen deutschen Kanal gibt, der Tutorials macht. Keine Ahnung. Ich versuche es auf jeden Fall. Und bitte versucht immer, wenn möglich, ich weiß, es ist echt nicht so einfach, wenn möglich, nicht in Gegner reinzulaufen. Denn wenn ihr in Gegner reinlauft, dann... Oh Gott. Nein! Entspawnen sozusagen die Monster in der Nähe. Das wollt ihr auf keinen Fall haben. Ihr wollt ja, dass Monster im Umkreis da bleiben, weil ihr sucht ja was Spezielles. Ich hoffe, es hat nicht da unten was ausgelöst, denn hier müsst ihr runterspringen und hier können so Metallschleims rumwuseln. Hier können der König Schleim sein, hier kann alles sein. Leider diesmal nichts. Egal, weiter geht es direkt. Eine Stufe weiter zum Kubusbruch. Der nächste Weg. Also ich bin schon das Ganze ein paar Mal abgelaufen, habe schon ein paar flüssige Schleims besiegt. Gibt halt unglaublich viele Erfahrungspunkte, so 60.000, 70.000 für einen flüssigen. Hier dreht ihr euch einfach instant um, springt hier runter, nehmt das kostenlose Item auf jeden Fall mit. Guckt ein bisschen rum, nö, kein Metallschleim. Einfach weiter, 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 weiter. Hier runter gucken, auch nichts, nö, weiter, 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 weiter. Wie gesagt, am besten nicht angreifen lassen. Dann geht ihr hier außen rum und guckt, ob da was ist. Nö, leider hier nichts. Da hatte ich auch noch kein Metallschleim bisher. Hier nichts. Weiter geht es ins nächste Gebiet. Und zwar im Kreis der Schwelgerei. Schwelgerei. Hier gehen wir rein in die schokoladige Schrittsteine. Wir müssen nicht immer die ganze Map erkundet haben, was ihr im Moment tun sollt. Habe ich ja in meinem Tipps und Tricks Video gesagt. Die ganze Map erkundet haben, um diese Teleportstellen sozusagen freizuschalten. Also immer wenn ein neues Gebiet reingeht, erstmal alles absuchen, was geht. Die komplette Map. Dann habt ihr auch alle Portale, also alle Teleportstellen. So, hier geht es weiter. Hier drehen wir uns auch um. Gucken hier erstmal runter, ob da unten zufällig irgendwo ein Metallschleim rumwuseln. Sieht leider nicht so aus. Erstmal nichts. Dann gehen wir hier hoch. Gucken hier. Nö, kein Metallschleim. Und hier muss man leider auch ein bisschen um die Ecke gucken. Ist nichts. Und dann guckt man auch nach unten. Ist hier ein Metallschleim? Nein, auch kein Metallschleim. Das war's. Zack. Weiter. Dann geht ihr rein in den Süßsee. Zack. Teleportieren. Die Monster greifen euch netterweise nicht an, weil sie sich denken, hey, man teleportiert gerade einer. Den greife ich nicht an. Verstehe ich nicht ganz, aber okay. Dann drehen wir uns nach links und gucken hier ums Eck. Ist hier ein Metallschleim? Nein, leider nicht. Ich gehe mal zur Sicherheit ein bisschen weiter und nehme dieses Item mit, was ständig nachspawnt. Dann gehen wir wieder zurück in den Kreis des Zorns, auf den Klauenfelsen und drehen das Ganze wieder ab. Und das immer wieder. Und wieder und wieder. Und ja, das lohnt sich. Das bringt dir insgesamt mehr Erfahrungspunkte auf jeden Fall, als jetzt einfach so random Monster zu besiegen. Natürlich, wie gesagt, am besten wäre es, wenn du ein noch schnelleres Team hättest, das ich jetzt gerade habe. Also eigentlich sollte ich noch ein bisschen andere Monster trainieren und leveln erstmal, bevor ich das Ganze mache. Denn wie gesagt, du musst verdammt schnell sein, denn die fliehen sonst. Und wenn die fliehen, dann weinst du. Dann weinst du. Ganz einfach. Und ja, wenn dir jetzt übrigens irgendwelche Monster den Weg versperren, weil sie einfach so mit dir da oben zu groß sind und du weit genug im Spiel bist, kannst du auch einfach die Jahreszeiten umdrehen. Zack, Jahreszeit gewechselt. Ist auch eine Möglichkeit übrigens. So, dann wieder hier runter. Und ist hier was? Kein Metall. Leider nicht. Kein Metallschleim. Ja, die Schokolade. Wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Zum Kubusausbruch wieder. Dann wieder ins Süßigkeitenland die zwei Stellen. Dann wieder zurück ins Feuer. Dann wieder ins Süßigkeitenland. Dann wieder zurück ins Feuer. Wie gesagt, ja, ist ein bisschen anstrengend. Kann ein bisschen nerven. Auf Dauer, ne. Habe ich gesagt, kriegst du auch ständig irgendwelche kostenlosen Items. Kannst du das Glück haben auf... Äh, oh nein. Kannst du das Glück haben auf Random Schleim sowieso immer. Hier ist wieder nix, nix. Gehe wieder runter hier. Wie gesagt, hier hatte ich bisher noch keinen Metallschleim. Aber kann immer natürlich passieren. Dann wieder weiter ins Süßigkeitenland. Schokoladige Schrittstelle, glaube ich, heißt das. Und so weiter. Also ihr habt verstanden. Diese Route rennt man die ganze Zeit ab. Ja, es gibt vielleicht noch andere Spawns, die man auch noch erreichen kann. Ob man die in die Route aufnehmen will. Ich bin mit den Vieren aber erstmal ganz zufrieden. Wie gesagt, habt ihr schon was gefunden. Und wie schon gesagt, wenn du das Spiel komplett durchgespielt hast, also den Endboss hast, dann ist es natürlich noch leichter. Dann spawnen die noch häufiger. Gehe immer wieder so ein kleiner. Der haut eh ab. Dahinter. Da ist nix. Da unten ist auch kein Schleim. Nicht mehr reinlaufen. Dann gehen wir rein in die Süße. Gehen wieder ums Eck. Und so weiter. Und so weiter. Ich habe gehofft, dass ich euch wenigstens einen zeigen kann hier im Video. Wäre schon schön. Sonst muss ich mal kurz einen Schnitt dann machen. Und euch mal einen einblenden. Wie gesagt, ihr müsst dann echt schnell sein. Das ist das Problem. Mein Team ist sehr langsam. Jetzt kommt hier ein Hase raus. Wieder nix. Den Hasen habe ich noch, glaube ich, gar nicht. Können wir kurz angreifen. Also natürlich könnt ihr auch währenddessen Monster finden, die ihr noch gar nicht habt. Und die vielleicht mitnehmen. Ja, guck mal, den Düsterhasen. Kann man versuchen, wie ich kurz anwerben kann. Einfach so random ein bisschen nebenbei. 55 Prozent. Nein. Gescheitert natürlich. Ist ja klar. Ist ja klar. Wie gesagt, die Kämpfe nerven halt. Die Kämpfe halten euch extrem auf. Ihr wollt nicht in diese Kämpfe reiten. Das wollt ihr nicht. Das ist einfach nur eine Zeitverschwendung. Die geben kaum Erfahrungspunkte. Und wir gehen jetzt zurück zu den Clown-Fels und so weiter. Aber prägt euch die Route gut ein. Am Anfang denkt man sich, oh scheiße, wie läuft da? Wo geht da hin? Aber wenn ihr ein, zweimal die Route abgelaufen seid, könnt ihr das im FF. Was ich mich noch frage, ob man das Ganze nicht so ein bisschen beschleunigen kann. Ich hätte noch so eine Idee gerade im Kopf. Was ist, wenn ich die Jahreszeiten ändere, wenn ich dort bin, wo ich eben sein will? Spawnt dann ein neues Monster vor mir, frage ich mich gerade. Das ist ja oft der Fall. Wenn ihr hier rumlauft, dann kann es immer mal wieder passieren, dass irgendein Monster spawnt. Und das würde ich echt gerne mal ausprobieren, wenn wir schon mal da sind. Wenn jetzt hier kein Schleim sollte, probiere ich das mal kurz aus. Hüpfen wieder runter. Sehen leider kein Schleim. Lass uns versuchen, jetzt die Jahreszeit zu ändern. Spawnt dann zufällig was Neues. Weiter weg. Ja, aber hier nicht. Was ist, wenn ich oben am Stein stehen bleiben würde? Noch nächste Jahreszeit. Dieses Jahreszeiten-Item. Kriegt man erst zu einem späteren Zeitpunkt. Der da hinten ist auf jeden Fall jetzt da. Spawnen weiter. Müssen wir mal versuchen, ob das funktionieren würde. Ne, da hinten bleibt auch da. Das spawnt auch kein Schleim. Das ist so ein kleines Experiment mal kurz im Video. Könnte das funktionieren? Ne, also entweder a, bin ich, da hinten ist verschwunden, logischerweise, weil, ne, es wäre da. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Es wäre halt echt geil. Aber ich sage, ich glaube, wenn, dann bin ich zu nah dran. Aber wäre auch mal ein Versuch wert, das Ganze zu machen. Lasst uns das mal im Kinderkopf behalten. Wenn ich weiter weg bin, ob ich dann es schaffen kann, ihn neu zu spawnen. Obwohl, die ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Jahreszeiten abhängig sind. Ne, ich denke, das hätte schon jemand ausprobiert, wenn es so einfach wäre. Also, wir gehen nochmal hier runter. Flupp, schnappt uns das Item. Flupp, sehen wir da kein Schleim hier irgendwo. Hier auch nicht. Hier hinziehen, gucken wir nochmal. Flupp, sehen Schleimi. Nö, kein Schleimi. Wieder weiter, nächste Welt. Wie gesagt, ja, kann Zeit brauchen. Also wir haben 10 Minuten gespielt und haben keins gefunden. Aber wenn, das lohnt sich. Wenn ihr den großen Königsschleim findet, Königmetallschleim, und es schafft ihn zu besiegen, bevor er verschwindet, dann gibt es über eine Million Erfahrungspunkte. Und das kriegst du nicht hin, mit ganz normalen Monstern innerhalb von einer Stunde zu farben oder so. Das funktioniert einfach nicht. Okay, wir sind über keinen Schleim. Hier habt ihr auch noch keinen gefunden, wie gesagt. Hinten nochmal ums Eck gucken, zur Sicherheit. Da steht einer, lol. Jetzt am besten erstmal speichern. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, ihn schnell genug zu besiegen mit einem aktuellen Team. Der gibt so unglaublich viel Erfahrungspunkte. Ja, es gibt spezielle Fähigkeiten, die man benutzen kann, um ihn schneller zu besiegen. Aber wie gesagt, keine Ahnung, ob ich es schaffe. Erstes abgehauen. Zweiter greift mich an, das ist gut. Erstes verschwunden, tut schon mal weh. Jo, ist down, perfekt. Der erste ist leider abgehauen. Schade, weil ich halt so langsam bin. Jetzt gucken wir mal. Ihr seht, leider ums Eck. Immer gucken. Jetzt gucken wir Erfahrungspunkte. Ein Schleim mit ein bisschen Bonus gibt 322.000 Erfahrungspunkte. Wenn ihr mehrere habt, summiert sich hoch, wie gesagt, auf eine Million. Guckt euch das an. Meine kleinen unten, die gerade nebenbei mittleren. Von 25 auf 37. Und das in 10 Minuten. Die ganzen Skillpunkte, die hochgehen. Alles mögliche. Es ist einfach unglaublich, was das für ein Boost für euch ist. Und euer Team, wenn ihr das schafft, eben diese Slimes zu finden. Aber wie gesagt, ihr habt es ja gesehen. Guckt auch ums Eck. Lasst euch erstmal nicht beirren von irgendwas. Oh, der ist fertig. Kein Neufusilier. Guckt auch ums Eck. Wie gesagt, lasst euch nicht abschrecken erstmal, wenn ihr nichts findet. Und kämpft weiter, sucht weiter, findet weiter eure Dinge. Denn das war gerade ein fetter, fetter, fetter Erfahrungsbooster. Also wie gesagt, diese Route kann ich nur empfehlen. Ihr habt es gesehen. 300.000 für einen blöden Schleim. Easy peasy Lemon squeezy. Lauft die Route. Verarmt sie ab. Habt ihr weitere Tipps? Schreibt es in die Kommentare. Bruder Faust geht raus. Haut rein und freut euch auf viele weitere Videos, die noch kommen werden, hier auf meinem Kanal. Und ciao. Oh, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020